mein lieben weiter freunde herzlich willkommen hier zur letzten kampagne schwere geld sorgen erdrücken uns und ich bin ehrlich ich weiß aktuell nicht wie es wuppen soll wir hatten schon öfter solche situationen wo wir halt echt kurz vorm exodus standen und nicht wussten wie wir es hinkriegen ich würde jetzt wissen was jetzt hier mit der mit der preispolitik ist aktuell kommt keiner rein der opa geht ne was sein problem mir geht es prima das finde ich gut das lese ich sehr gerne aber wir haben 2900 miesen also das ist das ist schon nicht ganz leicht sag ich jetzt mal so ganz lapidar daher geredet mich das ganz gerne mache gelegentlich nur das 28 gut ich meine unsere kloß was dein problem du willst wahrscheinlich pflanzen und parkdeko hier sag mal mehr parkdeko genau gut müssen wir echt aktuell ein bisschen wenn ich das kaufen kann kann ich aber glaube ich nicht nur einen schönen materfall in die drei vier verringern da noch einigen das sieht auch richtig gut aus in vorne muss erst mal reichen weil mir geld haben wir aktuell nicht für praktik aber hier ist alles soweit auf 90 wird es dort dort sind die pflanzen glaube ich da kann ich aktuell nicht viel machen weil ohne moos nix los ihr kennt das spielchen gut ich kann auch keine tiere kaufen ich kann aktuell nichts machen und ich weiß immer noch nicht ist das jetzt mit dem eintritt ok oder ist das viel zu hoch oder was genau ist da aber kommt gar keiner mehr was wir setzen hat mal ich will mal ganz kurz gucken ich setze das mal auf zwei runter und dann sagen ob da noch wer kommt angemessen zwei pfeifen finden die angemessen naja gut ich meine wir haben damit unseren eintritt auf jeden fall verdoppelt wir sind von zwei von 1 auf 2 das ist halt eine gewinnsteigerung von 100 prozent das muss man so mathematisch drastisch erwähnen aber das ist natürlich das hilft uns nicht wirklich weiter von ihr guckte den scheiß man da 2800 pfeifen miese und ich bin ehrlich was du willst mehr bäume aber ich kann nichts kaufen freunde ich kann ich darf nicht mal tiere kaufen pflanzen wird das letzte sein was ich kaufen darf aber dass sie auch immer was zu meckern haben dieses zuschauer dieses 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 besucher packen das unglaublich ne kommen als erstes rein bei den vielen pflanzen war glaube ich immer erste folge hier von von dieser kampagne kommt dann doch ein wenig fehlen pflanzen gut immer du willst aus meinem tag werde ich was zu sagen bist du sofort im arsch wieder raus geflogen kann aber dann allerwärts in der fall verwenden kollege das ist das ist immer noch angemessen wirklich günstig aber nicht jetzt einen höher setzte dann meckern sie wieder eine wir probieren drei mal gucken was dann mit drei passiert dann hätten wir unseren gewinn schon verdreifacht und das sind angemessen okay angemessen heißt da geht noch was ich probiere es mal vier mal gucken was sie bei vier sagen würde ich ganz gerne checkern weil hier mit der kohle wir brauchen jeden cent angemessen okay vielleicht können wir sogar mit fünf leben das wäre schon mal eine gute sache in unseren level akademie hier kommt auch hier phase angemessen könnten wir tierisch auf sechs gehen mädchen angemessen das heißt vielleicht sogar auf zehn mädchen sagt man mir geht es prima das finde ich super du kommst rein und bist man nicht an der kann wie deine ganzen anderen älteren herrschaften älteren leute sind verwöhnt ich bin auch nicht mehr der jüngste aber ich würde im traum nicht einfach in irgendeinen park zu gehen und sagen dass die scheiße das ist scheiße immer so mich gar nicht gestrickt freundin glaubt zehn da kommt keiner mehr jetzt kurz mal gucken so viel zu hoch okay dann gehen wir mal auf sieben da gucken wir dann so phase ist noch dann noch einer reinkommt ne ja angemessen okay dann gehen wir noch mal wir müssen das echt austragen taxieren freunde wir brauchen jeden cent den wir kriegen können so ganz kurz mal gucken was sagt er jetzt viel zu hoch okay das heißt sieben ist aktuell das stichwort sieben tut gehen darüber hinaus kommt keine sau bei uns rein und jetzt sagen wir noch mal angemessen angemessen sache ist angemessen ist angemessen super sieben ist angemessen gut da haben wir schon 700 prozent gewinnsteigerung an den durchdruck beim eintritt gemacht das ist auf jeden fall eine coole sache ob das reicht um die ganze scheiße hier zu retten das weiß ich noch nicht aber aktuell strömt das volk relativ gut hier geht es schön trinken und pissen und überhaupt das ist unser täglich brot ist pipi machen und wieder auffüllen das ist das geschäft eines wildlife park betreibers liebe leute gazelle nachwuchs cool kann ich dich verkaufen 100 pfeifen sei mir nicht böse schüss weg es tut mir leid wir brauchen aktuell wirklich jede asche die wir kriegen können ich meine ich habe jetzt sehr schnell reagiert freunde das ist normalerweise auch nicht meine art ihr wisst du ich hänge an meinen tieren aber das macht mir sorgen hier 2700 aber gut wir warten noch mal ab vielleicht kommt ja noch ein weiterer nachwuchs aber dann für den ganzen anderen nachwuchs kriegen wir nix so wir kriegen nix wer auch immer da hier produziert dort gibt allem in der regel für null hier kann nichts produziert werden weil ich glaube wir können nicht mal die nuller kaufen ich glaube wir können nicht nicht mal die nuller können wir kaufen so lange wir keine das natürlich auch hängt natürlich auch vom futter mit dem futter zusammen das ist alles das ist alles eintritt angemessen kollege angemessen gut na gut 7 ist auf jeden fall besser als 1 oder 0 wie am anfang das ist der gärtner gibt sich mühe wenn ich jetzt wieder savannengas kaufe das kostet wieder kohle und das ist die gärtner kümmern sich schon drum ja unsere attraktivität steigt so langsam aber 2600 auf der uhr da müssen wir erstmal wieder weg machen ist hier wieder eine super versammlung ja ich wollte gerade sagen schmeißt du die flasche auf den boden hätte ich aber rausgetreten aber passiert das da müller mal hier warum schmeißt man da flaschen auf den boden das sind sachen die werde ich nie begreifen ich meine als kind okay ist vielleicht noch nicht so weit entwickelt aber es sind ja auch viele alte leute die das machen und die sollten es an für sich gelernt haben ansonsten lässt es tief blicken aber es scheint winter zu sein im januar genau eine schöne pudelmütze auf ne kollege hier ne geht's ja wenigstens gut jetzt geht erstmal püdel machen ne ok geht zu den vögeln ja gehstens vogelhaus kollege ne geh da mal rein das ist eine coole sache immer ne was kostet denn den vogelhaus ne ja komm rein rein jawohl zur vogelunterhalt kostet acht pfeifen naja eintritt angemessen vermute ich meine viel zu hoch genau richtig naja wenn es für einige genau richtig ist dann lassen wir das auf jeden fall ja die attraktivität steigt die schulden fallen ein wenig aber nicht wenig genug zu wenig das müsste mehr sein weil dann kann ich nämlich jemand ich würde so gerne auch einen bullen nachkaufen damit die auch mal selbst ein bisschen hier irgendwie ne klarkommen können können eigentlich gar kein aquarium kaufen Freunde aktuell geht nur das vogelhaus Klo Klo Vogelhaus Gefahrgeschäfte können wir noch gar nicht bauen na gut mhm 2400 wir gehen ein bisschen runter aber reicht das um den ganzen Scheiß hier wirklich zu überleben das ist eine gute Frage wobei wir hatten schon ähnliche Missionen die auch ähnlich aussichtslos anfingen und dann sich hinterher dann auch 3,2,3 jetzt gehen wir wieder ein bisschen runter finde ich gut ne so die wollen natürlich dann entsprechend mehr Tiere sehen kleiner mir geht's prima super na und guck sie an alles gut ne das tier ist echt beeindruckend cool kleiner du hast es verstanden richtig und hier habe ich dein gebiet vergrößert ja ich glaube schon ne ja du müsstest das eigentlich auf jeden fall drauf haben das ist eh groß genug mehr geht gar nicht genau da sollst du es dir rein da pisst es wieder raus das ist auf jeden fall ne Kreislauf weißt du Kreislauf Kollege hieß Kreislauf so hm hm 2,6 hm ja ich kann aktuell nichts kaufen aber ich könnte jetzt auch spulen aber ich möchte ich ne wenn ich hier so rüber fahre die bleibt dann muss ich auch ich mach dann immer so ein paar Pläne ne wie können wir es machen und überhaupt ich beobachte natürlich auch die Zahlen ähm ähm pardon es ist halt die letzte Kampagne und die hat es natürlich dann vermutlich in sich ne das äh die Prozente die da vorgegeben sind sind erstmal soweit okay ne nicht ganz leicht aber okay besser als diese 100% scheiße nur die Asche die haben es natürlich mit super wenig Asche ausgestattet ne und das ist natürlich so ne Sache für sich ne das ist ne Sache für sich 2,5 ja das Ding ist halt ich weiß ja nicht wir haben auch keine Tiere die wir hinterher dann pardon für gutes Geld verkaufen können ne weil alle Tiere die hier in der Kampagne auftauchen ne wie da wären ne ne ok Level 2 kriegen wir auf jeden Fall hin ne Gnus, Zebras, Bisons, Gazellen, Erdmännchen das sind alles Tiere wo wir keine Asche für kriegen werden weil sie denn dann verkaufen weil wir genug produzieren ne dann müssten wir schon exotischere Tiere an den Start bringen aber aktuell ne hängen wir hier ganz krass auf der auf der 2500 Miesel Aktion rum ne ganz kurz mal gucken immer noch günstig oder ne immer noch angemessen okay das Ding ist natürlich gleich ne wenn wir auf Attraktibilität Level 2 steigen was ja gut wie sie sind ein bisschen mehr über die Hälfte dann wollen wir natürlich auch neue Sachen haben ne das bleibt nicht aus ne ja ne Artgenossen ist ja richtig ich kann es aber aktuell nicht ändern Kollege ich darf nichts kaufen ich darf nichts kaufen darf ich okay aber die Zuschauer sind eigentlich beziehungsweise die Besucher sind relativ zufrieden also hier ist kein Mekka Symbol irgendwo das heißt sie scheinen sehr bescheiden zu sein gut ich meine wir sind ne Attraktivität 1 ne da gibt es noch nicht so viel Erwartungen ne das weiß ich gar nicht jetzt nicht nur weil hier wird ja nicht angezeigt wie das mit der Limonade aussieht mit dem Mineralwasser wird angezeigt okay pass mal auf wir gehen mal auf 2 runter bevor wir gar nichts verkaufen auf alle übertragen dann nochmal ganz kurz gucken es wird nur Mineralwasser angezeigt Unterhaltskosten gut die machen natürlich Gewinn Preisbewertung Angebot Durst aha okay wir bieten also Durst an das ist eine gute Sache ne aber warum warum wird das mit der Limonade jetzt hier nicht ich das will wissen wie das mit dem komm oma du ziehst erstmal eine Limo dann weiß ich Bescheid oder Kollege du hier mit einem wunderschönen T-Shirt Mutchen du ne du redest das jetzt vor uns hier ne da wird nur von Mineralwasser gesprochen nicht von Limo da machen wir die Limo auch wieder hoch ne Freunde ne ist mir egal wenn wir eh nicht darüber quatschen ne wenn ich es jetzt auf 5 setzen würde wäre mit Sicherheit irgendwie das Geschrei groß ne ich will das mal testen wir testen das mal wir testen das mal vielleicht kommt dann die bekommt dann die Limonade eine gewisse Erwähnung immer das mal auf 4 flumm dumm dumm ja Freunde wenn ihr nicht wollt ich kann auch anders hier flumm 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 wenn wir freiwillig keine informationen gibt ich hole die Kitzel die aus euch raus holen kenne ich nix was bist du da am trinken eine Limo mir geht es prima ja gut mann 78 und siehst ein bisschen aus jeder kurzen Brüsterchen das kann ich meinen Durst stellen mir geht es prima super Freunde das ist super wir machen hier richtig Asche die Klos laufen auch gut na hier so einer aufs Kalsierklo hier ganz normaler Weizen das ist 2100 gut das ist auf jeden Fall nicht ganz es ist nicht aussichtslos wir sinken was die so Gazellen ich kann sie nicht verkaufen Freunde ich kann sie nicht verkaufen du bist kommt alle angerannt ne guten Tag hier neues Baby ne Moment wo bist du ne oha ganz viele Gazellen alle sagen hallo zum Gazellenjunge 8 ja freut ihr euch ne gibt es nach wie verkaufe ich es auch nicht also ne egal Kohle hin Kohle her ne aktuell sind wir auf dem absteigenden Ast was die Schulden angeht das ist gut ne und deswegen lassen wir das junge auch erstmal da ne das ist doch prima ja das junge ist auch gleich ein 2 Sterne Kid ne jo hier fasst 2 Sterne ich würde mich gestern das kratzen kannst du hier machen Kollege meine Milch das kommt mit Sicherheit ne super so ich will jetzt hier meine Information was ist mit der Limonade ok Freunde ne wenn ihr so wollt ich mach das auch noch höher ne kenne ich keine ne das ne ich will Informationen freuen ihr müsst mir sagen was hier Phase ist gerne 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 das hat wieder einen Bug sind ja einige Bugs in diesem Spiel drin die wir ja ne ausgefunden haben ne aber irgendwie sagen die mir nicht was mit die Limo ist ich würde noch einen höher wir machen dann mal auf 10 Freunde mal gucken was er dazu sagt ne so ach ich Idiot ich mache hier die ganze Zeit das ist jetzt mal pass mal auf hier flumm dumm dumm Wollt ihr mich echt verarschen? Am auf 10? Bitte sehr hm aber solange keiner meckert ne EINNAMEN UNTERHALZKOSTEN also wir wir nehmen mehr ein als wir verlieren also wir bezahlen das ist natürlich immer eine gute Sache mm wir gehen auch jetzt langsam wieder runter was die ganze Geschichte aber dass die mir nicht zeigen was hier Phase ist das ist vielleicht ist die 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 Anstalt hier Buggy wir guck mal hier ne da seid ihr auch ne pass mal auf hier gerne aha Okay Lassen wir Freunde, wir lassen das erstmal so Kann ein Bug sein, kann auch nicht Ich weiß es nicht Wir gehen auf jeden Fall aktuell ein bisschen wieder runter Was die Kohle angeht Ich weiß gar nicht, auf wie viel müssen wir kommen Dass wir wieder Tiere kaufen können, habe ich nicht aufgepasst Bin ich ehrlich Hier staucht sich auf jeden Fall alles Das ist für mich echt eine gute Sache Um das ein bisschen zu beschleunigen Wurde, pass mal auf, hier noch ein Getränkautomat hin Wuppdiwappdi So, bitte sehr Hier ein Angebot Flumdumdum Auf alle übertragen Dann wollen wir mal gucken Dann können Sie nämlich hier saufen und pissen Und da können Sie auch saufen und pissen Du testest das mal ein Kollege Sag mal, ist die Limo zu teuer? Es wird nur Mineralwasser angezeigt Ja, okay Komm ich drauf klar Machen wir noch höher Kauft zwar keiner, aber Machen wir noch 15 Bitte sehr Ich will jetzt wissen, was hier Phase ist Freund, ich will es wissen Ich möchte es wissen Ich meine, gut Sind wir ehrlich Also 15 Pfeifen für eine Limo Das musste schon vergoldete Cola sein Und selbst da würde ich nicht Das ist, ne Aber gut, okay Passiert Die sagen es mir nicht Die sagen es mir einfach nicht Aber Fakt ist Wir gehen echt gut runter Was die Dinger Machen wir noch hier Freunde machen das auf 20 Ach, höher geht gar nicht Okay, das heißt, wir haben Höchstpreise Limos gibt es Höchstpreise Das ist passiert, ne Jetzt will ich mal ganz kurz Was passiert, wenn ich die Wenn ich die Das Mineralwasser hochsetze Zim, zam, zom Ob das angezeigt wird Das würde mich ja jetzt mal interessieren Zahle ich gerne Moment, irgendwie Freund, irgendwas verstehe ich bei euch nicht Okay, da ist das Ding hinweg Du willst einen Baum Du ziehst ja erstmal in Wasser Genauso viel zahle ich gerne für Mineralwasser Okay Mineralwasser Ragen wir mal 4 Bitte sehr So lange bist du meckern Mineral ist mir viel zu teuer Endlich Endlich, Freunde Gut Wir gehen da aber auf 3 Da gehen wir mal auf Komm, auf 6 6 muss für eine Limo drin sein Wir brauchen Asche Gucken wir aber nochmal So viel zahle ich gerne Okay, das Mineralwasser Haben wir schon ein bisschen erhöht Das ist eine coole Sache Ups Ne, okay Das machen wir dann beim Anderen Spiel Wenn wir Okay, was war Sagen wir mal so Bis 15 Haben die nicht gemeckert Was die Limonade angeht Dann mache ich das jetzt mal Auf 14 übertragen Und ne Wenn dann nicht gemeckert wird Lassen wir das Ding stumpf Auf 14, Freunde Wir brauchen wie gesagt Jede, jede einzelne Euro Minz Oder Cent Oder Was weiß ich Wie die hier Ne ticken Ganz kurz mal gucken Was sagt der Preis Eintritt hier Angemessen Mit 7 ist angemessen Gut Das bleibt aber wahrscheinlich so Bis die Parkattraktivität Gestiegen ist Auf jeden Fall ist hier ganz gut Einlauf Die wollen jetzt alle mehr pflanzen Gut, aber ich darf keine Pflanzen kaufen Freunde Die wollen jetzt auch mehr pflanzen Wie, Freunde Zu wenig pflanzen Aber ich darf keine kaufen Wir sind jetzt alle am abmängern Dass wir zu wenig pflanzen Ich, ich hab Das war doch vorher nicht Ja, ist egal Ich darf nichts machen Ich darf nichts machen Was ja, die Pflanzen Sind alle voll am absterben Hier deswegen wahrscheinlich Ne Kann ich denn Jetzt immer ein bisschen Savannengas Ja, flumm Immer nur einen Spritzer Mal ganz kurz gucken Jetzt 2247 Das ist natürlich auch richtig teuer Ne Das ist natürlich auch richtig teuer Aber das müssen wir schon bringen Sonst Wirdet Essig Aha Jetzt scheinen aber alle Erstmal soweit okay zu sein Ja Meine Leute Guck, jetzt sind wir 2500 Sind wir dann alles hier Grüne Bäume am Kopf haben Nur ich kann keine Pflanzen kaufen Was soll ich machen? Was ich machen kann Das ist hier eine Folge beenden Leute Ich soll es erst mal Vielen, vielen Dank Für das Zuschauen Und Ob wir erst der Nummer Wieder rauskommen Das wird sich zeigen Ich bin da sehr skeptisch Aber ihr wisst Ich gebe es auf Wenn es gar nichts mehr geht Insofern Versuchen wir alles hier rauszuholen Und dann schauen wir mal Was so kommt Liebe Leute Die sind so eine Apine-Renne-Freunde Haltet euch Ciao, ciao Vielen Dank Für das Zuschauen Und geht dann mal wieder Ents Zoom Die Sache Spielkinder 45 Ciao, ciao